hallo willkommen zurück zu shadowrun hongkong ja wir sind hier in der unterwelt von unterwelt quasi also ein level unter dem der world city und hier gibt es hoffentlich irgendwo ein eingang zu dem lotus denn beziehungsweise beziehungsweise noch irgendwas aus mara barriere könne hier ist door panel aber da kann ich bestimmt noch nichts machen im moment doch das ist doch dort das kann schon passieren die können das doch mal das ist aber nicht gut das hoff ich doch Oh, oh, okay. Ja. Ah ja. Es ist Moda und der Matrix. Oh, fuck. Ja, ja, ich stehe hier ganz schön was in. Das ist aber neu, das Moda. Ah, fuck. Ah, fuck. Ah, doch, okay. So. Oh, ach so. Ach so. Ach du. Äh, Miki Muliwa, anderer Weg. Kann ich ja nennen, doch kann ich. Ach so. Das Gunchain-Tree You can either attempt to hex the IC or force your way past it. For more detail on hacking, we can do this. Solve the hacking challenge, mouse over to this keypad puzzle. Ach ey. Use the symbol clues. Was? Ich hab keine Ahnung was das soll. Guck mal. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ich habe keine Ahnung, was hier passiert Falsch Ich habe keine Ahnung, was ich jetzt tun kann Was ich überhaupt machen muss Das war auf jeden Fall wohl nicht gut So, okay, machen wir da Besucherräume So, hier haben wir unser Schildprogramm Ich kann mich auch noch hier durchmogeln Mist, Gott sei Dank Hier muss ich erstmal auf das Ding Ja, ich glaube jetzt kommt Falt mal hin, was ich bei dem anderen Ding jetzt machen muss Geht's doch nicht, kann man da vorbeischießen Ach guck mal Geht auch so Ah, Hedge-Dead-Fold, stimmt Das muss man ja deaktivieren Okay, das ist gut, oder? So, das andere müssen wir aber auch noch machen Weil Weil da gibt es bestimmt ein paar zusätzliche Infos Die will ich haben Hm 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 Na sehr schön, kommen wir da an, Exotic Animal Dealer Contacts, ja machen wir mal, oder? Lotus Den, Exes Code, sehr schön, ja ich glaube jetzt bei dem anderen Hacking ging es, da war doch, Ovo waren vier Symbole und Uno hat immer Ends war aktiv und dann hätte mir müssen das aussuchen, wahrscheinlich wo die Reihenfolge übereinstimmt, wie ich mir das jetzt vorstelle. Dann hätte ich das natürlich alles verbockt, aber na egal, hat geklappt. So stimmt, Hedge Deadbolt, das ist weg, aber wir können uns eventuell zuerst noch hier ohne bisschen umgucken. Aber eventuell, wie sagen wir, speichere Feuermor, bevor ich noch irgendwas fast saue. Weil wenn wir schon hier sind, können wir uns ein bisschen umgucken. Haben wir nicht irgendwie ein paar Infos? Nein, 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 mach du nix. Mission Items, Datastick, Grumbled Node. Ach, guck mal, da steht sogar, was wir machen, das ist Barking Wires, haben wir. Ah, Broken Water Shot of Valve. Ach, Lower Level, ah ja. Nein, das haben wir auch. Pay Data, Liste of Exit, ach, die kennen wir bestimmt. Stimmt, ja, die Daten, wo man BBS verkaufen kann. Ach, guck mal hier. Äh, Works on Doors, Inside the Lotus Den. Ah, okay, das brauchen wir hier nicht. Hier, warte, was. Äh, lecker. Lecker. Was ist hier noch irgendwo? Ein... Ventil... Gunrunner. Ist das gut oder ist das schlecht? Der verkauft bestimmt Waffe, oder? Was gibt's denn alles? Kein muss so teuer, aber... Ähm... Gut. Das ist gut sowieso. Gut, hier oben geht's nicht weiter wahrscheinlich. Nee. Und dann... Hier geht's auch nicht weiter. The Code haben wir hier auch nicht, weil wir sehen wir nicht Inside dem Lotus Den. Und dann... Woop. Ach, genau. Ja, stimmt. Hier sind wir herkommen. Gucken wir mal, was es hier gibt. Gucken wir mal, was hier drin, oder? Das ist der Kerl, der den kaputt gedreht hat. Eventuell... Lassen wir mal das mal. Können wir immer hinterher noch hingehen und dann aufs Maul hauen. Ah ja, genau. Ach, guck mal. Repair, so wollte sie die Karma Gained Plus Ends. Sehr schön. So, hier geht's nämlich mal. Das ist halt die Frage. Machen wir mit dem noch was, oder machen wir mit dem nix? Das ist halt die Frage. Können wir mal probieren, was so geht? Wir probieren mal was. Zur Not, warte mal wieder. Ja. Ah ja, okay. Dann können wir eben das Ding abnehmen. Mit oder ohne Gewalt. Ich glaub nicht, dass das so ohne Gewalt geht, oder? Und take your money instead. Ah ja, Atticat Shadow Runner. Gucken wir mal. Oh, man könnte auch Strengths 4 anarm 4 kick him in the face. Dann machen wir mal die Atticat Shadow Runner. Ah, okay. Sehr schön. Karma Gained Plus Ends. Cool. Das müssen wir noch machen. Kann man das... Kann man das jetzt noch machen? Wir können ja nur mal runter gehen, oder? Machen wir noch schnell. Ähm. Machen wir noch. Ähm. Machen wir noch. So. Dann würde ich sagen, probieren wir noch mal kurz über die Tür. Ah, das ist bestimmt ne Silver 88Ns. Das kann schon passieren. Ne. Okay. Vielleicht finden wir das neue noch. Gut. Dann würde ich sagen... Können wir mal in das Lotus Den drin gehen. Aber... Das machen wir erst beim nächsten Mal, denke ich. Heute noch kurze Folge. Und... Ja. Bis zum nächsten Mal dann. Bye, bye.